Hallo liebe Freunde und Willkommen zu einem neuen Video Falknett The Freddy's 2 Demo Also gut, da haben wir Toy Chica, Toy Bunny und Toy Freddy Aber wir wissen nicht, was uns erwartet Game Reopening Die Pizzeria will Help haben Und wir müssen achten mit Puppet Weil Das Spiel habe ich schon oft gespielt Die Musikbox muss man aufladen Touch it Hallo? Gut Hallo? Hallo? Hallo 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 and welcome to your new summer job At the new end and brew Ready, better, 30? Okay, fine Hoffentlich können wir es verstehen Die, die englisch können, die können es verstehen Die Moodlebox wird langsam, die kann leer werden Okay, ab zu stehen Stay Die Moodlebox wird Die Moodlebox wird Die Moodlebox wird Die Moodlebox wird langsam, die können sie Die Moodlebox wird langsam, die können sie Die Moodlebox werden Die Moodlebox wird langsam, die können sie Die Moodlebox werden Die Moodlebox wird langsam, die sind ist das eigentlich neben der rechten Batterie. Okay, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich bin trocken, ja? Mal sehen. Ein Uhr jetzt. Das kann heiß sein. Wow, ist das heiß. Willst du das wieder rausziehen von den Stücken? Bist du eine Gabel? Okay, ach nee. Mach nicht in die Hosen. Die Musikbox geht leer. Und sag nicht. Toi, Ben ist noch da. Ach nee, gut, dass du nicht rauskriegst. Ich ging aus der Kamera, weil sonst hätten wir ein Problem. Ja. Ach du Scheiße. Wo ist denn? Sorry, dass wir das sagen. Danke, aber da ist er doch. Hi, Bunny. Wir beißen durch den Auge. Erst, erstes mal kurz. Thema Informaten. Guck. Die hat immer noch stehen. Wir beobachten die anderen. Wow, die Musikbox ist aber schnell. Das ist nur ein Alarm. Puppet ist... ...wirklich gut sehen. Okay. Merdebots ist nicht okay. Ach nee. Ich wünschte... Okay, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen, dass ich rausgegangen bin. Sobald hättest hier Puppet nicht. Nee. Ach nee, jetzt bist du schon weg. Ja, da bist du doch deutlicher. Ähm... Es sind immer die Augen... Ja, sie müssen so... Sag nicht, dass er... Äh... Hilfe. Wo bist du, Teuber? Nee. Bitte sag mal, dass du irgendwo bist. In der Nähe. Teufel. Und... Ich war schon gleich in die da. Balloon Boy, da musst du bestimmt sein, Teufel. Ich wünschte euch, Brüste. Wenn du schon da drin bist. Dann bin sowas von K.O. Musicbox. Nee, lass dich aus meinem Ruhe. Ich hab schon bisschen Angst. Drei Uhr erst. Wow, die Zeit geht aber... Schnell vorbei. Jetzt halte ich erstmal das. Wenn der rausgekommen ist... Ach... Und dann... Dann... Ein bisschen guck mich auch schon herum um die Kamera. Sag nicht... Da war schon mal einer. Da ist wo es ist. Ähm... Ja, wer macht genug Energie? Ja, wer macht genug Energie? Wie... 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 Wie wie... Bist du noch 3 Jahre? Musikbox mache ich. Gut, Freddy hat. Er kann jeden Zeit kommen. Ah, jetzt ist er schon wieder drüber. Ich gucke mir lieber mal hier hin. Ich weiß nicht, wie lange ich hier gucken muss, aber das wird jetzt schwer. Ich sage nicht euch. Nein, nein, nein. Oh, Sunset and Papi. Papi, das ist mein Lieben. Toy Freddy. Hey. Wo ist das denn? Ja. Endlich mal wieder geschafft. Gut. Was schreckst du denn? Boah. Endlich geschafft. Bis um 6 Uhr. Danke. Danke. Und tschüss. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Kannst du noch einen den Saal. Ich schauke.